Auch dieses Jahr ist es wieder so weit. Spaß, Freude und gute Laune, wenn der Luftballon mit ins Büro darf. Herzlich willkommen beim Kollege-Luft-Ballon-Tag. So, es kann losgehen. Ver-da-mach-mal! Nein, nicht sie, entschuldige. Ein Luftballon am Arbeitsplatz senkt den Stresslevel. Ein Luftballon am Arbeitsplatz motiviert und schafft kleine gemütliche Auszalten vom alltäglichen Stress. Vertrauen Sie keinem Luftballon. Denn wissenschaftliche Studien haben bewiesen, ein Hund in der Firma ist gut für das Arbeitsklima. Der Deutsche Tierschutzbund e.V. und der örtliche Tierschutzverein suchen mit Unterstützung von Pedigree tierfreundliche Unternehmen in Deutschland. Der tierische Schnuppertag kann zu einer größeren Akzeptanz des treuesten Freundes des Menschen auch im täglichen Arbeitsbetrieb verhelfen. Mitarbeiter und Kollegen, die keinen Hund besitzen, können ihre Liebe zum Vierbeiner entdecken und Berührungsängste abbauen. Möchten auch Sie mit Ihrem Unternehmen in diesem Jahr am tierischen Schnuppertag teilnehmen? Dann bewerben Sie sich jetzt auf tierschutzbund.de Nichts? Okay. Oh, 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 oh.